Urdhvahasta ekapada raja kaputasana ist eine variation der tauben mit beiden armen oben kaputasana die taube ist eine schöne stellung zur entwicklung der flexibilität in hüfte und oberschenkel wie auch eine gute übung für die rückbeugende flexibilität urdhvahasta heißt du hast die arme oben das erlaubt es auch menschen die nicht so flexibel sind die stellung zu machen aber diese stellung ist anstrengender für die rückenmuskeln als wenn du die grundstellung machst wo du mit den händen an den fuß fasst diese stellung urdhvahasta arme oben ekapada einbein hinten raja kaputasana königliche taube königstaube bei yogavidya nennen wir es einfach taube mit armen oben alle informationen über kaputasana fortgeschritten und sanftere variationen in der yogavidya app wie auch auf yogavidya.de nila kanta von yogavidya berlin sukadev und durga das sinne der kamera danken dir fürs zuschauen wir wünschen dir viel freude beim yoga und öfters auch mal experimentierfreude neue asanas auszuprobieren wenn du asanas lernen willst auch komplexere besuche doch yogakurse bei nila kanta im par yogavidya berlin oder besuche fortgeschrittene yogakurse oder auch asana intensiv in den yogavidya stadtzentren und den yogavidya ashrams